So, da sind wir wieder, äh, oder ich ehrlich gesagt noch immer, weil Ingmar noch immer nicht dabei ist, jetzt, ähm, Oblivion, und hier stehen wir noch immer bei Bruder Martin, wir haben ihn noch nicht angesprochen, noch nichts, und das werden wir gleich machen, wenn er nicht wegrennen würde, Martin, HALT, naja, äh, wir reden den einfach mal an, ich habe gehört, wie ihr geholfen habt, die E-Traktion zu fielen. Ihr seid in Gefahr, nehm ich einfach jetzt einfach mal, ihr seid hergekommen, um mir dies zu sagen, erklärt euch oder lasst mich alleine, hier gibt es viele andere, die eure Hilfe wirklich benötigen, ja, ich bin ein Priester, braucht ihr einen Priester? Ich werde ihn einfach ein bisschen reden lassen, ich, äh, ich, äh, ich spiele so lange, äh, an meinem Handy hier, und ich muss hier gerade SMS eben schnell schreiben, ich höre ja gerade sagen, alles, und da muss ich wieder, es gibt einen Plan, wir sind ein Teil davon. Hm, so, ich muss mal eben hier gerade, mir hat nämlich, was Wichtiges für die Schule, war da gerade eine Frage, die musste ich eben mal beantworten, aber er hat ja geredet, und ich habe alles mitbekommen, was er gesagt hat, deshalb, äh, ihr seid Uriel, Sieb, Team Sohn, ne? Gut, ich werde nachher, wenn wir mit Martin loslaufen, werde ich wahrscheinlich reisen, weil diesen Weg wieder zu, zu Vayne und Priora habe ich, ehrlich gesagt, keine Lust zu laufen, dafür werden wir die anderen Wege, die dann noch kommen, natürlich auch wieder laufen, ähm, weil Reisen mache ich jetzt in den Spielen nicht so, aber, ähm, ich lasse, äh, aber, ähm, ja, aber, ähm, aber, ähm, aber, ähm, aber, ähm, aber, ähm, Reisen ist halt nicht so, dass, deshalb, ähm, laufe ich einfach, so, ne? Und jetzt habe ich schon wieder so einen schönen Hänger hier. Ich wollte sagen, ihr hättet das Oblivion-Tor zerstellen. Ihr habt ihnen Hoffnung gegeben. Ihr habt ihnen geholfen, die Daedra zurückzuschlagen. Ja, ich will euch zur Vayne und Priora gehen. Wir anhören, was Joffrey zu sagen hat. Geht voran. Dankeschön, und jetzt werde ich nämlich dann einfach mal reisen, weil es mir einfach zu Vayne und Priora dann, ein bisschen zu lange dauert, wieder und dann den gleichen Weg wiederzusehen. Und zwar kommen vielleicht ein paar Gegner wieder, sowas halt, aber, nee, da habe ich jetzt nicht so Lust und da, Hilfe, wir müssen uns helfen. Sie bringen alle in der Venon-Priorae um. Das ist auch Blut, der bleibt da stehen. Ja, weh, du kannst es nochmal. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie sind direkt hinter mir. Ja, sie sind direkt hinter mir. Ich war bei der Schafsweige, als sie angriffen. Ich hörte, wie der Prior mit jemandem sprach. Schaute dann um die Ecke, um zu gehen, mit wem. Sie sahen aus wie Reisende, ganz normal. Plötzlich hatten sie Waffen in den Händen. Und sie metzelten den Prior nieder, bevor er sich auch nur rühren konnte. Sie merkten, dass ich sie beobachtete. Und dann rannte ich los. Wo ist Joffrey? Das ist natürlich noch eine wichtige Frage, aber ich kann mir eigentlich schon denken, oder? Genau, in der Kapelle. Und da kriegen wir Gold. Das ist... Oh, Gold. Nämlich Brotlaib und 110 Gold. Beim Blut der Götter, die kamen aus dem Nichts. Habt ihr den Großmeister Joffrey gesehen? Der ist sogar Großmeister. Schnell. Schnell, er braucht unsere Hilfe. Er scheint auch noch jung zu sein. Der Bruder Pinta. Pina. 14 Gold, komm ich. Hat der noch Gold? 9 Gold, 123 Gold. Sehr schön. Ähm... Die Kapelle einfach mal... Vielleicht ist er ja da. Hier kommt gerade rechtzeitig... Ja. Danke. Macht euch bereit. Hier muss ich aufpassen. Wenn ich jetzt die Joffrey oder so treffe, dann sind sie wütend auf mich. Das will ich nicht. 130 Gold, sehr schön. Ihr seid zurück. Ihr seid zurück. Talos sei Dank. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Ich betete in der Kapelle, als ich Frior Marborell schreien hörte. Ich hatte gerade genug Zeit, um mich zu bewaffnen. Das Amulett der Könige. Ich fürchte, dass der Angriff dem Amulett galt. Ich habe es in einem geheimen Raum im Haus Venon aufbewahrt. Wir müssen nachsehen, ob es in Sicherheit ist. Wir müssen nachsehen, ob es in Sicherheit ist. Ich werde nach dem Amulett sehen. Wir gehen zusammen. Wir gehen zusammen. Natürlich gehen wir wieder zusammen. Ist ja immer so, dass ich immer irgendeinen Gefährten kriege. Oh. Ich fürchte, der Feind ist wegen des Amuletts der Könige gekommen. Kannst dein Wert, Schwert, Schwert weg. Ich sage Wert. Du kannst dein Schwert wegstecken, Jaffre. Dann gehe ich in die Priorei einfach mal rein. Oder bin jetzt schon drin. Hallo. Anlauf mit Jaffre nach oben. Lass mich raten, das Amulett ist weg. Wir haben es an sich. Ist noch weg. Das Amulett der Könige ist Frau. Jetzt beginnt so eigentlich so der richtige Teil der Story. Jetzt hat man den König gefunden. Und jetzt muss man richtig schön arbeiten. Das war jetzt bis jetzt nur unkannter Held. Fertig. Hat den Erben gefunden. Fertig. So, ne? Martin kann hier nicht bleiben. Wir haben sie zurückgedrängt. Aber sie werden wiederkommen, sobald sie erfahren, dass Martin überlebt hat. Oh, wir reden immer so viel. Wo ist Martin in Sicherheit? Bei den Kräften, die sie gegen uns massieren, ist es nirgendwo wirklich sicher. Aber wir müssen wenigstens auf Zeit spielen. Der Wolkenherrschertempel, glaube ich. Die verborgene Festung der Klingen in den Bergen nahe Bruma. Es kann auch mit nur wenigen Männern gegen eine ganze Armee verteidigt werden. Wir sollten sofort aufbrechen. Gut, die Sachen frage ich ihn irgendwann anders mal ab. Ich gucke erst mal hier so ein bisschen. Oh, hier darf ich nichts nehmen. Geh doch mal da weg hier. Er denkt nur an Schlafen. Gut, dann gehen wir einfach mal. Und es ist... Oh, es ist toll. Gott sei Dank. Oder Morgendämmerung, Abenddämmerung, irgendwas. Oh, Pferde. Hier muss ich hin, ne? Pferde. Nehmen wir die Pferde? Ja, wir nehmen die Pferde. Wir nehmen die Pferde. Wir nehmen die Pferde. Wir nehmen die Pferde. Oh, ich kann das nicht lange machen. Wir nehmen die Pferde. Wir nehmen die Pferde. Ich könnte natürlich auch alleine jetzt erst mal ein bisschen was machen. Und die erst mal reiten lassen, so ein bisschen. Aber bin ich so ein Assi? Nein. Und dann reiten wir einfach mal voran zum Wolkenherrschertempel. Und mal gucken, wie es spannend wird. Und da hinten sieht man die Kaiserstadt. Liegt eigentlich nah dran. Aber wenn man zu Fuß geht... Hm. Aber eigentlich haben wir ein Pferd jetzt zum Reiten. War da was? Ach, vielleicht habe ich mich auch geirrt. Ich habe schon eine Halluzination. Ich habe gerade gedacht, die Pflanze wäre dann wohl. Ich speichere mal. Schnell speichern. Das ist ein Wolf. Den müssen wir leider... Man kann leider nicht... Der ist dabei, ne? Weil den Wolf, den kann man leider nicht vom Pferd töten. Man kann nichts vom Pferd machen eigentlich. Deshalb muss man immer absteigen. Und es wird... Entweder freundlicher hier alles jetzt, oder... Das irre mich. Das ist wieder ein Gegner irgendwo. Guck mal, ich bin schneller da. Jetzt hat er sein Pferd nicht mehr. Okay, das kümmert die jetzt nicht. Dann lasse ich einfach mal... die so ein bisschen arbeiten. Also hier die Stadtwache. Und sehe da schönes Wasser. Okay, verschwinden kann der ja, glaube ich, nicht. Ich glaube, der kann ja nur sterben. Schätze ich mal. So. Aber ich musste... Ich habe heute... Das schon mal... Ich weiß jetzt schon ein bisschen hier diesen Weg. Denn ich habe aufgenommen. Und ähm... Dann wurde meine Sprache aber gar nicht aufgenommen. Und das fand ich einfach so ein bisschen komisch. Steckt der auch ab. Ne, und die Sprache wurde gar nicht aufgenommen. Und ähm... Dann musste ich immer wieder alles löschen. Und nochmal jetzt hier von neu anfangen. Aber so weit bin ich gar nicht mehr gekommen. Deshalb weiß ich jetzt auch nicht mehr, was jetzt hier so auf dem Weg passiert. So, ist der noch hinter uns? Ja, die sind hinter uns. Ich könnte natürlich alleine jetzt so ein bisschen... Vorjagen. Denn... Das sind Lahmärsche. Sogar Jaffrey auf seinem Pferd ist so... Lahm. Komm. Ich habe auch nicht ewig Zeit. Mensch. Die Pflanzen lasse ich jetzt einfach mal alle am Rand stehen. Denn... Ich will zum Wolkenherrschertempel. Und der Held machte sich mit zwei Leuten auf. Zum Wolkenherrschertempel. Er hatte nun ein Pferd. Doch so schnell ritt es auch nicht. Stimmt eigentlich. Das Pferd reitet jetzt nicht gerade so schnell, dass man sagen kann. Uh, das ist ein... Äh... Spitzenauto oder sowas halt. Och Gott. Da hinten sind sie. Mensch, 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 Mensch. Komm, einfach weiter. Nochmal schnell speichern. Oh, hier ist schön grün alles so ein bisschen. Ich kann ja auch mal irgendwann durch den Wald gehen. Und was wir uns irgendwann mal entscheiden sollten. Entweder... Wir werden ein Dieb oder ein Räuber. Also ist ja das gleiche Dieb. Oder ein Mörder. Oder wir... Machen... Was machen wir denn noch? Wir... 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 Magier. Oder Kämpfergilde. Irgendwas so. Wir können eigentlich auch alles machen. Nur dann zieht sich das Let's Play wirklich richtig lange. Aber machen kann man es natürlich immer. Solange der uns nicht sieht, ist alles okay. Und da sind Schnee. Schneeberge, das ist auch schön. Wo bin ich denn hier? Ich bin... Oh, ich bin... Oh, ich bin schon fast da. Oh, das sieht schön aus. Das sieht doch cool aus. Das sieht echt geil aus.